Hallo zusammen, jetzt habe ich eine Kleinigkeit, die konnte ich doch nicht mehr verbergen vor dem Wochenende. Und zwar, ihr kennt das Problem, ihr habt einen Winkel zum Beispiel und müsst da unten eine Schraube setzen. Die geht immer schief rein, ist klar, weil das ist ja alles gerade. Und jetzt haben wir nämlich einen Bithalter, der kann um die Ecke schrauben. Das ist doch sowas von genial. Also, wird raus, drehen und der dreht mit, also das ist, und da komme ich natürlich wunderbar da unten rein, weil er ist ja abgewinkelt. Klasse. Zurück ist er starr, Schlagschrauber fest, einfach toll und das Ganze für 11,95. Besser geht es nicht. Und dann sind es immer noch ein paar Bits mit bei. Klasse. Das dazu. Und noch eine Neuheit. Staubbindetücher. Haben wir ja schon länger. Kennt ihr ja alle. Jetzt haben wir noch den kleinen, für die schnellen Sachen. Auch, genial. Das wollte ich heute abzeigen. Daswillig. Vielen Dank.